Moin Leute, herzlich willkommen, wie ihr euch hier auf diesem Kanal. Ja Leute, heute spielen wir das Minecraft Skywars hier und zwar diesmal haben wir Insane Modus hier. Das letzte Mal haben wir den normalen Modus, ich bin jetzt erstmal den Insane Modus, also den schweren Modus. Und ja Leute, mal sehen, ob wir richtig ablosen oder ob ich mich richtig dumm wieder anstelle, wie ein richtiger Noob. Aber ja, ich würde sagen, wir labern nicht mal lange, wir fangen jetzt halt direkt mal an. Okay Leute, Insane Mode. Okay, wir alle haben, glaube ich, alles mit Diarrüstung. Boah, guck mal, richtig geiles Schwert. Komm mal, man freut sich so, aber genau das gleiche haben halt auch die anderen. Und oh nein. Ja, oh Gott. Oh, diese Map sieht auch schön aus, Leute. Also, die habe ich noch nie gespielt. Also, denke ich mal zumindest, so eine Burg irgendwie ist das so ein Schloss. So, ein ganz schnelles Looten, aber ich bin halt viel zu langsam zum Looten, findet ihr auch, Leute. Ich bin viel zu langsam. Ich muss das ein bisschen hoch trainieren. So, ich glaube, mein Diarschalt ist besser als das. Vergiftungstrank. Kommt ein Gegner irgendwo her? Ne, okay. Okay, ich war hier Bogenscher... Okay, drei. Der will rüber zu mir. 20 Pfeile. So, wir kommen. Wow. Hat sich das mal so richtig gelohnt, Leute. Ich habe das Ding einmal jetzt in den Nacktgrund geschmissen. Was macht der? Wow, aber er hat den dran getroffen. Das gibt's doch... Nein, nein! So, komm, jetzt. Das kann aber nicht sein, dass ich die ganze Zeit wieder am Fall verlieren bin. Äh, Grafili noch machen. Ich muss auch noch meine Grafili noch einmal umändern. So, warum sind die tausend von Spitzhacken drin? So, ähm, also das ganze Zeug brauche ich nicht. Wurfdrang der Schnelligkeit. Okay, das könnten wir noch gebaut. Mal, Digga, ein Stack-EP-Flasche. Wir hätten in der ersten Runde halt einfach, ähm, unser Dinger verzaubern können, alles. Nein, nein, nein. Oh Gott. Bauen wir mich einmal hinten mal weiter. Ne, komm zu mir, oder? Ne. Wartet. Können wir ihn vielleicht mit, äh, äh, Schneeballen runterschubsen? Komm da zu mir. Digga, Leute, wenn der Zoom bekommt, warte mal. Ich hau mal hier ab. Also, erstmal hochbauen. Jetzt hauen wir ab, Leute. Oh nein, der hat einen Bogen. Ah. Ja, das gibt's doch wohl nicht. Also, ich glaub, der Insane muss wohl noch ein bisschen zu insane für mich. Obwohl es ja doch dann so wieder normal muss, weil jeder hat doch die gleichen, ich sag mal, Vorteile, sag ich mal, oder? Oder ist das grad komplett falsch? Na, auf jeden Fall haben wir schon ein paar Bogen. So, verzaubern muss, brauche ich eh nichts. So, ähm, hm, hm. Da, 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 da. Ah, nein, 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 nein. Geh auf. Hopp, Gewech, du. Ich darf grad nicht alles verballern. Okay, ich geh jetzt mal in die Mitte, wag ich mich hin. Ja, komm, ja, ich hab oben. Ja. Ja, Mann, ey, noch elf Pfeile. Ah, warte mal, guck mal, was der da für Looter liegen gelassen hat. Ist der besser als meiner? Safe, oder? Oh nein, oh nein. Nein, Leute, er soll weggehen. Hopp, Gewech, du. Okay, ich hab jetzt keine Pfeile mehr. Oh man, okay, das ist eine schwierige Sache gerade Ein schwieriges Thema So, ich darf da nicht hin Leute, er kommt Nein, 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 geh weg, geh weg Lass die Kekse in Ruhe Lass die Kekse Nein, nein, das gibt's doch wohl nicht Jetzt baut sich jemand sofort zu mir, Digga Wieso hat er sofort das Blöck uns das Marktblöcke, Digga? Ich hab grad mega viel Angst Komm, Leute, hol da mit ihm Ja, Digga, unser erster Kill an diesem heutigen Tag Ich weiß nicht, ob er unser erster Kill insgesamt hat Wir haben das schon eigentlich geklid in den letzten Folgen So, ich bin nicht bestens vorbereitet Ey, das gibt's doch nicht Aber was war seine Mission? Hey, ich check nicht ganz was seine Mission Auf jeden Fall brauch ich ein paar Blöcke Und wenn ihr wisst, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben Wie bekommt man noch so andere Kids? Okay, Leute, jetzt haben wir natürlich alle im P-Flush-Naten liegen lassen Ey, ich bin aber auch so dumm Ah, guck mal, hier haben wir noch ein paar Digga, Leute, ich hab grad vier Stacks Schneebälle Vier So, verrat ihr noch nicht mal normalen Ich bin in den normalen Marktkampf nicht mal auf ein Stack gekommen So, ähm Wenn wir so Schärfe drauf machen Nö, schon versaubert, schade Aber komm, wir an Rüstung, oder? Warum geht das nicht? Hä? Ah, doch, ging irgendwie Aber halt irgendwie komplett komisch Ach, das ist Ach, Zufall Vier EP Komm, hier nochmal meine Hose Und dann sind wir hoffentlich mal bestens ausgerüstet Das haben wir drauf Schutz, Schutz, Federfall Boah, geil Guck mal, jetzt haben wir noch Schnelligkeitstrank hier Okay, noch drei Spieler Also ich und noch zwei andere Nein, das kann nicht gut enden Ach, ich glaube, der Schnelligkeitstrank war gerade richtig unnötig Okay, 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 okay Komm, drauf, 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 Digga Wir sind Pro Oh, nee, er hat besser Waffen als ich Und besser ist Aim als ich Also ich denke, ich habe ja alle eure Fragen Also beantworte Ich bin richtig scheiße Alien Skywars Aber ich glaube, der muss aber auch ein bisschen zu overpowered Der für mich, Digga, insane Ich kann nicht mal normale Skywars Und ich komme mit Insane So, wir sind Gegner Ich schmeiße jetzt mit Iron einfach ab Ah, da, wo ist ja jemand Ja, komm Bau, Bau Nein Oh, das gibt es nicht Aber einmal habe ich getroffen Ah, das war Gift, gell Mh Mann, das, Leute Das gibt es doch wohl nicht, oder? Warum schmeiße ich einfach alle Tränke runter? Ich glaube, er hat Angst vor mir Oh, nein Ah, wah Ja, Hypixel Danke, danke, danke Ah, ich liebe einen und nur Hypixel Ich würde immer runterbacken Oh, Feuerresistenz Das ist okay Warum kann eigentlich Hypixel Sich, ich sag mal Keine richtigen starken Server mal holen Also, ja Welche, die Bisschen schneller laufen Damit man nicht so rum lag Weil es kann doch wohl nicht so schwer sein, oder? Hat einer mal ein bisschen Ja, was will ich Mehr Raum oder so Auf den Server Einmal, damit man nicht lag So Point of Potion Oder so Ne Splash Potion of Potion Ja Dan 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 danramram mattTr ech wtedy So, Digga, Access erstmal Feuerresistenz Kaufen, muss ich meiner sagen So hat er hier an dieser Stelle Das letzte Mal auch gestorben, Digga Okay, 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 der Gegner sieht mich, okay, da ist nichts Gutes drin, ah, noch ich und er Kann mir Regeneration nimmer gönnen, oh, er auch Er auch, ja, ja, nein Warum musste Glas sein, Digga, wenn der jetzt kein Glas sein Hätte ich gewonnen, ja, komm Leute, ich nehm es euch halt ein, wenn ihr es übel, wenn ihr Schreibt, wenn ihr in die Kommentare schreibt, dass ich Scheiße bin, ich nehm es halt ein, wenn es nicht übel Was halt einfach auch so ist So, Graffili machen, ähm Hä, wo ist denn jetzt, äh hä, gibt's nicht immer Drei Kisten, wo ist jetzt die dritte Kiste Da oben, äh Da war auch nur zwei Kisten, hä Wo ist die dritte Kiste, ey Das gibt's doch wohl, ah, hier unten Gegner, wo bist du Aha, jetzt haben wir hier mal Markenzeichen, warum Schauen wir mal, will ich auf ein Bild im Auto, weil ich das Graffit immer Einmal mache, ich check's halt auch nicht Wisst ihr warum, Leute Nein, ich hab mich selbst vergiftet Ach Gott, bin ich schlau Ich hab den Effekt auch nicht mehr so lange Komm, 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 pushen Ach, ja Also eins kann ich noch sagen, Leute Bad Wars, ähm Insane wird Ich kenne mal hier nicht mehr kommen Weil das ist wirklich zu schwer Mich würde ich vielleicht, weiß ich nicht, mit Brightgamer, Gemini und, äh Was weiß ich, Shadow hier, äh, hier spielen Also nur wir auf einer Map, dann hätte ich auch noch mal ne Chance Aber das ist halt echt Hardcore Und vor allem, wenn man keine Blöcke hat Will der Pixel mich verarschen? Ey, wo ist meine Blöcke? Ich hab keine Blöcke, ich hab keine Blöcke, ich hab keine Blöcke Nein Das gibt's nicht Okay, wait, ich zerleg jetzt einfach mal ne Base Naja, wir haben uns seine Base zerlegen, um an Blöcke zu kommen Oh Mann Okay, nur sieben Stück Braucht ihr mir so eine große Angst vor haben? Oh, ich hab grad richtig, richtig viel Angst Nein Digga, die sind... Ja, okay, ich glaub hier halt Nur ein Prover zu suchen Nein Oha, Digga, kommen noch des Lebens Und ich hab ihn grad noch gehealt Geil Junge, ich bräuchte vielleicht andere Kids Vielleicht hätte ich dann keinen Vorteil Aber ich weiß es halt nicht Und warum ist das Sound immer so saulau Dimmer Ah, lalala, lalala, lalala Okay, wieder Vergiftungsgang Aber diesmal nicht selber vergiften So, jetzt hab ich nur zwei Kisten gesehen Oh Mann, jetzt komm ich da nicht raus Ähm Oh nein Ich hab Angst Nein Ich hab's doch überlebt Ha, was hattest du gedacht, Digga Ja, guck mal hier Ich bin da proud Ich glaube, also wenn ich dieses Video nochmal gewinne Dann kann ich auf jeden Fall nochmal ein Sehen Aber ich denke mir ja nicht Da, 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 da Ich hab keine Hose an So, mein Gegner ist auf jeden Fall da noch Ich hab, oh Mann High Pixel Nein Oh, wär ich jetzt gestorben, ne Ach, nein Ich dachte, er grüßt noch sein, um ihn tauchen Warum macht er mehr Schaden als ich? Geil, aber es wird nicht so oft auf meinem Kanal noch kommen Ich glaub, da bin ich mir sowas zu 100% sicher Wie viel Tränke habe ich denn So, am folgenden Also, das können wir jetzt eigentlich mal Oh Digga, das war grad Schnelligkeit Oder irgendwie so Mann, das gibst du wohl nicht Lassen wir mal in die Mitte einmal bauen Und wann ist da schon jemand Oh nein Hä, Digga Wieso schmeißt du mit, äh Ach, mit Kaktussen Wollte ich mal nur sagen Komm, Digga, das ist ein Steve Als ob ein Steve besser ist als Ja, ein Keks Ich verstehe halt einfach nicht Warum die da noch Essen reinlegen Man kann doch hier nichts essen Ähm Oh Richtig geil Digga, so sieht es irgendwie viel, viel geiler aus Als wenn es ein wenig verzaubert ist Okay, zweimal Regeneration Äh, eines Regeneration 1 Und einmal Regeneration 2 Gut, ich werde zwar eh Eher noch Random schmeißen So wie ich gerade Lust habe Ohne nachzudenken Ja, so wie jetzt Komm, 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 komm Fight, 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 fight Ja, guck mal Ich geb ihm grad die Combo Ich geb ihm die Wo ist er hin? Ah, hier ist er Komm Komm Eine möchte ich wenigstens Können auch in dem Video Nein Oh, Mann Ai, 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 ai Also Ja, das Könnte Na gut Was heißt könnte Es wird eh schlecht enden Ja, so richtig Die geilen Sachen Ja, aber die Gegner Sind aber sehr zu OP Und in den Kisten ist Aber nichts hilfreiches drin Und jetzt hab ich Wieder Regeneration Wieder Regeneration 1 Und 2 Ähm Was macht denn der da? Auf jeden Fall hat er schon mal 1000 Drängel genommen Nein, der hat einen Bogen Man kann sich hier nicht drücken Das gibt's nicht Ich höre sie einmal hin Da stehen, bis er kommt Ja, 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 ja Ja Lass mich, der fällt grad ein Äh, ich hab ja schon Die Matten gekillt Äh, in diesem Video Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Okay, warte mal Hier haben wir Vergiftung Zweimal Regeneration So, der kann jetzt so oft schießen Wie er will Er kriegt mich eh nicht Ja, ach Gott Was macht er jetzt, ne Hä Digga, da war der halt nicht Ernst Oha Ja, ja Der ist tot Oder auch nicht Ich bin nicht tot Oh Mann, Digga Ja, Leute Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen Ihr könnt gerne kosten Oder ein Abo Darunter Gerne auf die Glocke aktivieren Keine weiteren Nicht mehr zu verpassen Wir müssen jetzt erstmal Einen Like fragen, Leute Ähm, ja, so Wir sind zwar nicht Erster geworden Haben aber schon mal Ein paar Kürze gemacht Und, ähm, ja Auf jeden Fall Einen schönen Tag Bleibt gesund Ciao Einen schönen Tag